Vergiss es. Hallo. Hi. Hallo. Worüber hast du heute schon gelacht, Miri? Gerade eben, meine Haare sitzen. Und du, Roman? Vor Angst über das Interview. Was haben alle Spitzensportler gemeinsam? Sie haben einfach einen unglaublichen Willen. Miri, was sollte man in Kaiserslautern nie tun? Über Eintracht Frankfurt-Fans reden. Schießen oder laufen, Roman? Schießen. Miri, dicke Beine oder dicker Kopf? Dicke Beine. Roman, wenn du eine Landschaft wärst, wärst du? Ein Mittelgebirge. Miri, mit wem würdest du gerne mal auf dein Karriereende anstoßen? Mit allen, die hier sind. Das macht Spaß, jeden Abend. Roman, Balak oder Lahm? Lahm. Miri, welcher Bizeps hat dich diese Woche am meisten beeindruckt? Der von Christina. Roman, welche Serie magst du am viertliebsten? Okay, ich fange mal von oben an. Breaking Bad, Game of Thrones. Dann, puh, Suits vielleicht. Und dann würde ich behaupten, how I met your mother. Miri, nenne zwei Dinge, die du niemals können wirst. Surfen. Und das zweite, ich denke, irgendwelche Witze erzählen, da bin ich extrem schlecht. Miri, erzähle uns einen Witz. Vergiss es. Roman, wann hast du das letzte Mal ans Meer gepinkelt? Gestern beim Surfen. Miri, Hinz oder Kunz? Kunz. Roman, welche Schlagzeile über dich hat dich schon mal richtig geärgert? Oh, puh, keine richtige Schlagzeile. Vielleicht habe ich mal gelesen, dass ich in dem einen oder anderen Wettkampf einfach läuferisch zu schwach war. Was mich aus gewissen Richtungen dann schon immer mal ein bisschen nervt, weil es manchmal ein bisschen undifferenziert ist. Miri, welche zwei Dinge wirst du nicht am Bahnrad vermissen? Die Quälerei und dass ich keine Bremsen habe. Die brauche ich nämlich, wenn ich jetzt weiter Fahrrad fahre. Was war heute unsere neunte Frage? Was meine viertelliebste Serie war? Ich würde sagen... Ich würde sagen... exige. Ich würde sagen Sie... Ich würde sagen... Vielen Dank.